Hallo meine Freunde, kurz warte mit den Fühnen und Boos. Willkommen zu meinem Video, meine Freunde. Heute geht es um Alina Bachmann, die schlimmste YouTuberin der Welt, meine Freunde. Früher war sie ein bisschen übergewichtiger, hat gute Comedy-Videos gemacht, keine Frage, meine Freunde. Aber heutzutage macht sie einfach Werbung und schenkt Gutscheine in ihre Fans für eine Magenverkleinerung. Was ist denn los bei dir? Vielleicht hast du irgendwelche Comedy, irgendwelche Kinder, die sich zu dick fühlen und dann wollen sie das machen. Die Operation kostet 10.000 Euro. Mit deinem Wutschein kriegen die nur 500 Euro Rabatt, müssen noch 9.500 Euro bezahlen. Mein Gott, diese Operation ist gefährlich. Da kann dein Magen in die anderen innereien Dings reingehen, da kann man sterben von. Das ist kein Witz jetzt. Mein Gott, und wenn du mal sagst, droppst du auch noch rassistische Sachen mit dem N-Wort und andere Sachen. Verdammt nochmal, was ist denn los mit dir? Heutzutage gibt es keine Grenzen hier mehr. Geld ist doch nicht alles, mein Gott. Dass man das den Leuten auch sagen muss, heutzutage, meine Freunde. Okay, meine Freunde, das war's für heute zum Boss. Abonniert, like, nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.